Hallo, geht das Mikrofon überhaupt noch? Denk schon. Und damit Servus Leute zum weiteren Gameplay Kommentar hier auf unseren Bulldog Clan Kanal. Und ja, ich weiß, in der letzten Zeit sind wir ein wenig inaktiv gewesen. Und zwar, ihr merkt schon an der Stimmung, dass das ein bisschen, keine Ahnung, bedrückter ist. Und zwar, das Thema geht da drum. Im Hintergrund zeigt er PDW Nuklear vom Grünen, er spielt vom alten Grünen, sage ich jetzt mal. Und ihr fragt euch bestimmt, hä, warum jetzt vom alten Grünen? Und zwar, das geht an Alex, der bis jetzt der grüne Bulldog war. Aber er hat gesagt, dass er jetzt leider bei uns nicht mehr mitspielen will oder kann, weil wir eben sehr viel auf PS4 in der letzten Zeit gespielt haben. Und das, keine Ahnung, hat einfach keinen Sinn mehr gemacht, weil einer auf PS3 und die anderen auf PS4, das passt einfach nicht zusammen. Und dann hat er gesagt, nee, er muss jetzt gehen. Oder er geht jetzt. Er schaut jetzt mal, wie es in Black Ops 3 ausschaut. Ich hoffe wirklich, dass er in Black Ops 3 dann wieder bei uns dabei ist, weil er, keine Ahnung, er ist einfach Teil vom Clan. Und das wäre einfach schon cool, wenn er wieder mitspielen würde. Und ja, man muss ihm auch danken. Er hat uns viele Abonnenten gebracht. Also in jeder Lobby, wo er irgendwie in Deutschland oder so getroffen hat, hat er gleich mal gefragt, hey, ob er schnell bei uns auf dem Kanal vorbeischauen würde. Also, falls du das Video siehst, danke an dich, viele Grüße. Und ja, das ist aber leider nicht der einzige, den ich hier verabschieden muss oder werde. Und zwar gilt das auch noch an den Johnny. Das ist der graue Bulldog gewesen. Die zwei hatten auch schon mal, also Cyan und Grün oder Grau und Grün. Die zwei hatten auch schon mal ein Gameplay-Kommentary. Also, die haben auch schon mal miteinander kommentiert. Und der Johnny, der ist einfach übelst stark. Der ist einfach ein richtig krasser Competitive-Spieler. Und ja, er ist einfach, er hat den Clan noch nicht richtig verlassen. Also, er spielt jetzt beim anderen Clan mit. Aber er sagt einfach, ja, wir haben so eine schöne Zeit miteinander gehabt und ihr wollt es jetzt nicht einfach alles aufgeben. Kann ich ja auch relativ gut verstehen, weil wir verstehen uns jetzt nicht so als Zocker untereinander, sondern wir sind auch schon richtig gute Freunde geworden. Und ja, ich hoffe, in dem Clan, wo er jetzt ist, steigt er relativ gut auf mit den, in der Competitive-Liga und gewinnt auch viel. Weil er hat es wirklich verdient, er ist ein relativ guter Spieler hier. Auch schöne Grüße an dich, Johnny, falls du das Video siehst. Und ja, durch das, dass wir in der letzten Zeit ein paar Member verloren haben, werden wir uns in einem Black Ops 3-Clan, wahrscheinlich mit dem rostigen und mit dem orangen, zusammenschließen und einen neuen Clan aufmachen. Ich werde hundertprozentig den, also YouTube weiterführen, weil es liegt einfach nicht daran, dass das der Clan-Kanal ist, sondern YouTube macht mir einfach Spaß. Ich mache gerne Videos und ja, das wird dann noch so weitergehen. Scheißegal, ob der Clan jetzt besteht oder nicht. Also das war jetzt mal so ein kleines Infovideo. Also nicht, dass du dir denkst, das funktioniert überhaupt nichts mehr. Aber, ja, das soll es von mir aus jetzt gewesen sein. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen, wenn ich jetzt in der nächsten Zeit und in der letzten Zeit nicht so viel hochgeladen habe. Ja, und damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Servus. 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 Servus.